Welt 1, Welt 2, Welt 3 sind wir bald fertig und hallo herzlich willkommen mal wieder zu Super Mario Bros. 3 Ähm, im letzten Part war beim Schluss, sag ich mal so, wir müssen leider mit der Burg weitermachen, weil, sag ich jetzt mal, die Brücke Durch die wir nicht hindurch können, hätte ich jetzt eigentlich mit 8 angefangen, ist wirklich ziemlich schade Aber, naja, da müssen wir jetzt leider durch und was wir als erstes sehen in der Burg sind, ähm, irgendwelche, ähm, sag ich mal, weißen Stangen oder so Wo, wo, Buhus, ähm, das sieht merkwürdig aus Was, schon fertig? Hä? Was war das für eine Burg? Hä? Warte mal Wieso sind da überhaupt hier diese Hinterlisten da oben? Machen die überhaupt Sinn? Ich hab, geh ja weg, ey Das ist so, das ist so nervig Da, hä? Warte mal kurz Das war überhaupt kein Treffer Habt ihr das gesehen? Er hat mich überhaupt nicht berührt Das darf eigentlich nicht als Gegentreffer gewertet werden Mh, ist klar Oh, man Muss das jetzt wieder so sein, wie, wie beim fast letzten Part Okay, getroffen Komm, 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 komm Nein, nein, nein Ey Was soll das? Was soll das? Erst diese unnötigen Hä? Achso, ja Weil ich vorhin diese Testaufnahmen gemacht hab Ich wollte schon sagen, wieso bin ich jetzt in der Herd Und so Ja Ja, wundert euch nicht Oh mein Gott Ich regle das einfach mit einem Stern Ich hab keinen Bock hier Jetzt noch einen weiteren Death noch zu kassieren Du kriegst einen, du kriegst einen, du bist tot So Habt ihr noch irgendwas? Also da Und dafür wenigstens zu einem weiteren Sternenkehl Okay, das ist gut Ach maaaann Ich wollte eigentlich diesmal einen kurzen Part machen Aber leider wird sich das wieder verzögern Durch diesen Durch diesen Bossfight Okay, was heißt Bossfight? Ist ja nur diesen mickrigen Dings da hier Ja, Froschzug unnötig oder nicht Weil das ist ja nur so ein bisschen Wasser Ach egal Damit wir wenigstens nicht so klein sind Auch geht's Versuch Numbero Two Du musst schon in die Röre Das ist aber Wie gesagt Ich bin chillig Das habe ich schon mal ein paar erwähnt Das ist mein Pinguinanzug Da wollen wir uns nicht treffen Lassen wir uns Wenn das In Ordnung wäre Schwimm mal schneller Weiter 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 Ich weiß jetzt nicht Aber Bis jetzt kam jetzt auch keine Beziehungsweise das Schloss oder so Irgendwas das Schlossartiges Und es war so klar Es war so arschklar Wie da Aber das ist nicht als Treppe oder was Ist klar Genau Okay Das haben wir geschafft Jetzt kommen wir hier mal dran Wer war das nochmal Ich weiß gerade nicht Ob das jetzt Bum Bum war So richtig Kenne ich mich jetzt da nicht aus Okay Kriegst du schon mal den ersten Treffer Der erste Treffer ist eigentlich leicht Komm her Komm her Junge Komm her Ich hab gesagt Komm her Okay Naja Mehr oder weniger Mann Die fecke sau ey Komm her Junge Oh Gedisst Und Nein Nein Oh Mann Wieso Yes Oh geil Zum Glück hat er keinen vierten Treffer Das wäre es jetzt noch Ey Oh Was wäre das Was wäre Das wäre dann die größte Verarsche Ey Die je passiert wäre Ja ich möchte schon speisern Aber ich gehe nicht in die Röhre Weil ich will schon hier Alles Alles reinvoll gemacht Wenn das möglich wäre Jedenfalls So dass wir doch Ah cool Ein Blatt Das will ich haben Will ich haben Will ich haben Warte mal Da bekommt man doch eh Abs Also Na geht es ist auch gut Aber egal Ja toll Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Scheiße Hat er nicht gebracht Wie Ich hab doch genau zur gleichen Zeit Hä Was Zäule Egal Egal Wir machen einfach weiter Ein bisschen lauter hier Och ne Nicht der Fisch schon wieder Der frisst mich bestimmt jetzt schon auf Ja Ja warte Mach doch so klar ey Der bringt mich weiter zum ausrasten Ich geh jetzt Warte mal Warte mal Das Und das So Jetzt hier komm her du Fisch So Komm her Ich hab Feuerbälle für dich Ich will da schon mal hin Sieh Sieh Und das ist eine böse Stelle, das ist eine böse Stelle, das ist eine böse Stelle, verpiss, ja, ja, hätte ich gewusst, dass der P-Switch böse ist, hätte ich den jetzt nicht betätigt, ja, toll, ja, wie unnötig mal wieder, ey, man, unnötig, 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 ja, jetzt habe ich fast nichts mehr, ja, toll, ja, wie soll man die Wolke weiterhelfen, einfach mal ein Level zu bespringen, oder was, weil ich weiß es irgendwie nicht mehr, das ist zu lange her, wo ich das gespielt habe, Toll, geh ja weg, lass mich doch einfach in Ruhe, du Kackfisch, man, man, da geht ein Übelst auf die Nerven, ja, toll, ich könnte da fast nichts mehr anfangen, weil, mm, goddammit, man, ja, ich wollte eigentlich schon fast aufhören, weil, ja, kurz halt, geh ja weg, ey, Mann! Nö. Nö, nö. Nö, nö. Muss mir schon fast so blöd, hier noch 3 Leben, dann sind wir tot. ja was sollte die scheiße hallo bist du denn bist so behindert du fischmann guck dich doch mal an mit einer visage halt da ich hab den doch getragen wenn wir geben offen gehen mache schluss das wird im pausen für den let's play jetzt auf einmal ich habe keine richtigen items mehr man sie sowieso sterben weil das was soll die scheiße bau man ja da habe ich fast gekriegt wieso geht das wasser überhaupt so weit hoch leck mich ich will nicht mehr ich will einfach nicht mehr okay vielleicht doch wartet war doch nicht danke bitte kein fröscheranzug wenn das geht okay bleib ruhig bleib ruhig bleib auf dem teppich